Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zurück zu Weekly Reset, dem Video wo ich euch erzähle, was ihr diese Woche so alles tun und lassen könnt in World of Warcraft, macht was ihr wollt, macht worauf ihr Bock habt. An dieser Stelle mal mit dem Magier heute, denn ich dachte mir, es ist auch mal nicht schlecht, ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte reinzubringen, man muss ja auch mal ein neues Gesicht sehen, so in etwa. Wir fangen an, PvP-Quest diese Woche verdient Ehre in Arenen, verdient Ehre in Arenen, weil ich mich verklickt habe und verdient Ehre auf epischen Schlachtfeldern. Dazu noch wie immer der Solo-Mission-Quest, da denkt dran, das Ding gibt nochmal eine Folge-Quest, auch wenn ihr die ersten fünf schon abgeschlossen habt, wodurch ihr nochmal Ehre, Eroberung und so weiter bekommt. Generell über gemischtes Einzel könnt ihr echt ganz gut Ehre farmen, wenn ihr nicht alle sechs Dinger verliert regelmäßig. Dazu Rauferei, Tiefenwind, Schuss, ja, wer es mag, mein BG ist es nicht so unbedingt, die Tiefenwind-Schlucht, aber es ist ein bisschen Abwechslung, also von daher gerne mitnehmen, wer mag. Dann natürlich öffnet eure Bolt, ja, nicht vergessen. Als Weekly Ereignis haben wir diese Woche Abgesandter des Krieges, schließt vier Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch ab und dadurch bekommt ihr Truhe mit Schätzen aus dem Mausoleum Gegenstand Stufe 265+. Das solltet ihr versuchen mitzunehmen. Ihr kriegt auch generell bei Dungeon-Endbossen von Shadowlands ein zusätzliches Loot-Piece, also bei den Endbossen und was halt interessant ist mit dieser Quest, bekommt ihr ein Item nach vier Mythic Dungeons auf HC-Item-Level. Es ist egal, ob ihr das als Mythic Plus macht oder als M0, es gibt viele Gruppen, die laufen beispielsweise viermal Nebel von Tiernaschki, ist auch egal, ob ihr da ID habt und dazu bekommt ihr dann am Ende dieses Loot-Piece. Da drin sein können dann quasi alle Items für eure Beutelspezialisierung, also ich könnte hier 265er Waffe ziehen, aber es kann auch beispielsweise 272er Loot von den letzten drei Bossen droppen. Was nicht drin ist, sind T-Teile, da das laut Blizzard Tokens sind und nicht wie hier schon fertige Items und wir können da halt eben nur Items draus ziehen, aber alles halb so wild, nichtsdestotrotz gerade für Twings, also für mich wäre das ein brutal gutes Upgrade hier, dementsprechend versuchen wir das mal mitzunehmen, sofern möglich. Wir haben M Plus diese Woche tyrannisch, platzend, vulkanisch und verschlüsselt, also dafür, dass es eine tyrannisch ID ist, ist es jetzt gar nicht mal so schwer. Achtet einfach ein bisschen drauf, dass ihr nicht zu viele Trashrobs auf einmal umpölt. Die Vulkane sollten die meisten, denke ich, in der Lage sein, da raus zu gehen und dann ist das Thema eigentlich auch schon durch. Also gar nicht mal so wild. Was wir letzte Woche oder was ich letzte Woche auch schon gesagt hatte, was für diese Woche natürlich auch gilt, seit vergangener Woche ist der Kerkermeister im Schlachtzugsbrowser verfügbar. Das ist für den einen oder anderen natürlich nicht mehr interessant, weil er wahrscheinlich schon zu gutes Gear hat, zu gutes Item Level, whatever. Aber ich würde trotzdem empfehlen, gerade für Spieler, die vielleicht mit Melees unterwegs sind, gönnt euch trotzdem auch noch mal einen Blick auf den Kerkermeister. Ich erwähne das jetzt extra noch mal, da er ja relativ frisch ist. Interessant ist vor allem hier Hammer des ersten Richters, der Effekt ist auch für Schlachtzugsbrowser ziemlich, ziemlich stark, so dass Melees die Zweihandstreitkolben tragen können. Durchaus einen Blick auf diese Waffe werfen sollten, solange sie ihn bekommen. Die Drop Rate ist aber wohl ziemlich unterirdisch, also auch im Normal bzw. HC haben wir die bisher noch nicht droppen sehen in unserem Raid. Also stellt euch darauf ein, dass ihr die nicht unbedingt sofort bekommt. Aber wie gesagt, der Effekt ist ziemlich gut, wenn ihr da Twings habt, die nicht so hohes Gear haben. Das ist definitiv eine Alternative wert. Ansonsten gucken wir noch mal auf die Bonusereignisse. Da haben wir am Donnerstag, also heute den Tag der Wachen, das ist letzten Endes nichts Besonderes. Und die harte Arbeit, die die Wachen aller Orten täglich leisten, nehmt euch auch die Zeit, um einer Wache zu salutieren und ihr so zu zeigen, dass ihr eure Arbeit wertschätzt. Könnt ihr dann den Wachen in den Hauptstädten salutieren, whatever. Aber wie immer für diese Micro-Events gibt es keine Belohnungen oder sonstiges groß. Am Sonntag startet der Dunkelmond-Jahrmarkt. Das ist noch ganz interessant. Also da könnt ihr beispielsweise euch dann wieder einen Ruf-Buff abholen und so weiter und so fort. EP-Buff. Nächste Woche startet am Montag die Kinderwoche. Auch das ganz interessant. Ähm, ein, ja, schon ein relativ spaßiges Event, würde ich sagen. Wenn ich weiß, wie es funktioniert, ihr schnappt euch quasi ein kleines Waisenkind aus einer der Hauptstädte und zeigt ihm verschiedene Aktivitäten, die World of Warcraft so zu bieten hat. Ähm, da gab es immer recht oder gibt es teilweise auch recht coole Pets für zu holen, die ihr nur darüber erhalten könnt. Also das ist ganz interessant. Hier zum Beispiel Erdnuss, Willy und Kolumbus. Das sind so Dudes. Ähm, die Erfolge sind jetzt gar nicht mal so schwer. Ähm, vielleicht am schwierigsten ist das hier mit dem PvP-Part noch. Aber ansonsten, der Rest ist eigentlich ganz gut zu machen. Tägliche Quests abschließen. König Emiron töten. Easy. Süßigkeiten essen. Easy. Hier das Belohnungshaustier. Das kriegt ihr automatisch, wenn ihr da questet. Ruhestein benutzen, wenn euer Waisenkind bei euch ist. Ebenfalls easy. Also, das, äh, sollte machbar sein für euch, würde ich sagen. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder Ceres Mortis am Start. Da, wie jede Woche, die Empfehlung. Macht die Quest verschachtelte Muster. Äh, Dailies und so weiter. Ja, je nachdem, wie viel Loot ihr noch braucht. Anders, oder so lässt es sich zumindest am besten ausdrücken. Sagen wir es mal so. Guckt auch, was die Worldquests vielleicht für Loot bringen. Also, zumindest bei mir hier. Ihr seht es noch 200 Trinket. Da sind sogar gerade einige Upgrades am Start. Also, das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir natürlich wieder Worldboss Anthros. Ebenfalls am Stissel. Ja, den wollen wir uns auch nicht entgehen lassen. Gibt auf jeden Fall garantiert Ruhm. Das ist ganz nett. Und ansonsten zu bieten, Plattekopf, Stoffkopf, Lederbrust, Plattebrust, Kette, Handgelenke, Kette, Taille, Stoffbeine und Lederfüße. Plus eben diese Conduits, die da droppen können. Und der gibt halt auch ordentlich Fortschritt für verschachtelte Muster. Sowie etwas Ruf. Ich glaube, 500 waren es, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ansonsten haben wir diese ID nicht so viel, äh, spektakuläres, erwähnenswertes. Wir haben in Zandala keinen Worldboss, der euch einen Mount droppt. Also, keinen Dünen-Schlinger-Krau-Lock. Der ist nicht am Start. Wir haben auch die, äh, Weekly Archäologie-Quest auf den verhehrten Inseln. Die gibt es immer in Dalaran wechselt. Alle drei Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, letzte Woche hatten wir wirklich richtig Kack-Quest. Ähm, da habt ihr dann einfach nur ein, äh, eine Halskette war es, auf Item Level 50 bekommen. Also, das lohnt sich definitiv nicht. Äh, da haben wir jetzt wieder was, wenn ich mich recht entsinne, ähm, wo ihr auch keine nennenswerte Belohnung für bekommt. Ähm, das Mount, also dieser spektrale Elch, dürfte gar nicht mehr so lange dauern, bis der wieder am Start ist. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber natürlich, wenn der an den Mann kommt, werdet ihr das hier erfahren, werde ich euch das hier mitteilen. Damit sind wir so ziemlich durch, haben die wichtigsten Sachen für diese ID abgedeckt. Vergesst natürlich auch nicht, wenn ihr noch Aufladungen habt, Schöpfungskatalysator, ne, und so weiter und so fort. Die Dinger laden jetzt immer schneller auf, wenn ihr die vorherigen Wochen nicht genutzt habt, müsstet ihr da auch noch die Aufladung übrig haben, nutzt das. Und damit, danke fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, damit helft ihr mir sehr weiter. Zeigt mir, dass ihr meine Arbeit unterstützt, dass es euch gefällt. Guckt auch auf g6gaming.com vorbei. Folgt mir auf Twitter, Link in der Videobeschreibung für immer die top aktuellsten News, auch in Sachen Texte und so weiter. Da kann ich einfach die Sachen besser publizieren und damit wünsche ich euch eine wunderbar spaßige ID, allzeit guten Loot und vor allem, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund, bis dahin, reingehauen.